So liebe Leute, heute geht es weiter mit Rackfest und wir machen heute weiter mit dem BangerBlitz. Und ja, ich musste tatsächlich, weil YouTube ein bisschen gemeckert hat, die Musik jetzt im Spiel ausmachen. Eigentlich hätte ich es zumindest noch leise im Hintergrund gespielt. Aber irgendwie hat YouTube dann doch gemeckert, einige Länder sind tatsächlich gesperrt. Ich hoffe, dass ich alle Videos sehen konnte, so schnell kann ich auch nicht mehr reagieren. Ähm, naja, schade eigentlich, aber wir müssen heute, warte mal, oh, ich kann, wir brauchen was europäisches. Naja, schau mal, gucken wir gerade, ob wir noch was anderes machen können, ob wir was haben. Ja, perfekt, hier ist alles, gut. Wir sollten auf jeden Fall demnächst noch ein, ach, wir machen heute ein Laways, komm, ich habe mit dem neuen Mover. Ja, den darf ich ja nicht nehmen, nämlich also den. Ich gucke mal gerade, was wir so haben. Upgrades brauche ich. Gucken wir jetzt. Ach, nicht genug Kredite, leck mich doch am Arsch. Ähm, okay. Gucken wir gerade, ob wir noch irgendwie, wie sie Panzer und Robustheit mit reinkriegen in den Wagen. Naja, schade, eigentlich nicht. Egal, komm, wir fahren einfach so. Ich habe leider keine Update mehr reinmachen. Wir starten rein, auf jeden Fall erstmal in dieses Rennen. Bluefield Speedway, sagt er uns gerade als nächstes. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der hier alles geladen hat. So, dann starten wir rein ins. Jetzt hat er steht ein scheiß Mähdrescher. Wie soll ich denn die Mähdrescher ankommen? Da muss ich mal vorbei. Der war wichtig, dass ich den eigentlich überholt habe, sogar. Aber mit dem wir nämlich... Jetzt fahren wir erstmal alles hier. Komm mit zum Haufen. Ne, über den Haufen. Tschüss. Oh, das war klappt. Ich bin richtig da. Also, auf jeden Fall füllen wir das Rennen jetzt an. Der Mähdrescher. Weil das ist nämlich... Ich finde das ziemlich witzig gerade irgendwie. Ja. Oh, was ist denn? Wird der einen wahrscheinlich erwischt, das gibt wahrscheinlich gute Schaden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle noch drin sind. Allein gebe ich auf und sagt, er ist nämlich die ganze Zeit hinter mir. Nein, da habe ich ja der Backe kleben. Bruder, der Mähdrescher ist gerade schon... Ist jetzt komplett falsch rausgekommen. Der, glaube ich, nicht momentan an der Runde der Runde ist. Ich feine es gerade. Oh, der kommt Kuschel. Du Arschloch, bitte. Das Verlebnis hatte ich jetzt, dass ich wieder alle hinter mir habe. Oh, ich führe mein Rennen wieder an und gewinne diesen Lauf. Sehr gut. Oh, Glück, Alter. Wollen wir nämlich kurz mal eben ein ganzes Stück weg. Hier, der Havis, der Mad Monster, der hat es tatsächlich ziemlich symmetrisch. Aber egal, geil. Hat trotzdem lustig gemacht. Wir haben das Rennen auf jeden Fall jetzt mal gewonnen. Das gibt gute Quedits dafür. Zumindest erst mal. So, ich habe jetzt aber noch ein zweites Rennen. Das wollte ich jetzt richtig sehe. Ja, der Meldrisch hat es überrundet worden. Okay, wir sind sogar schon durch. Das ist schade. Was hat er mit Laune gemacht, aber das Ding? Aber da wird es schon als Mad Ressort. Ach Gott, ja, nee. Gut. Und wie die Mausheit, da waren wir doch noch ein zweites Rennen. Dann fahren wir hier nämlich weiter. Da nehme ich den hier mit. Dann rocket, den würde ich gerne auf jeden Fall mal mitnehmen. So, dauert ein kleiner Moment. So, auf geht's. Auf jeden Fall wollen wir mal, dass die hier sie finden. Ja, natürlich wollen sie auf uns jetzt auch die. Das ist vollkommen legitim, dass ja auch wir Opfer von den Jungs werden. Jetzt sind es drei Rohnen. Scheiße. Oh, Alter. Ja, das war cool. Scheiße, ey. Da sind wir jetzt echt zurückgefallen. Ich war jetzt so schön dran an dem Punkt. Aber wir haben ja noch eine Runde. Und solange ihr euch da schön in die Wolle bekommen, holt ich für das andere Plätzchen noch. Ich muss mal den Kombi hier rausnehmen. So, der Kleine, der ist ja auch jetzt schon. Das ist schon wieder. Aber da war mein eigener Fehler. Ich bin da ein bisschen hängen geblieben. Wir gehen jetzt um unsere letzte Runde und so weit wie möglich. Da sind wir da vorne. Das sollten wir schon versuchen zu werden. Die zwei hier vorne sind mal drin, aber der eine, der wird auf jeden Fall auch nicht abwegziehen. Der wird jetzt in dieser Runde gewinnen. Und vielleicht kriege ich sogar noch den ganz beschleunigten Platz. Ne, schade. So knapp haben wir noch. Doch, zweiter sind noch gewonnen. Wir haben es sogar noch geschafft. Ja, ja, ja. Aber wir haben durch den einen Fehler. Sonst wären wir sogar gut da vorne gekommen. Aber der ist natürlich auch nicht weit vorne. Knapp, aber er hat es auch ziemlich geschafft. Und da waren wir Zweiter und sind tatsächlich doch noch. Stimmt, wir sind Zweiter geworden. Das war der Führende. Das war der Führende hier. Den wir gerade noch weggeholt haben. Den hätte ich nämlich noch mitgenommen, den Fass. Da hätte man sogar das Rennen gemacht. Wir waren Dritter. Ich war eigentlich, ich war sogar eigentlich noch einen Platz weiter. Ich hätte gedacht, okay, das war dann mal weggezogen. Naja, egal. Alles gut. Jetzt ist halt nur Platz zwei. Schade. Dann hätte ich schön mitgenommen gerne. So, weiter mit dem nächsten Event. So, laufen wir zwei. Bei Nordvork Ring. Oder Ring. Ja, haben wir. Mal gucken, was wir kriegen. So, hoffentlich gewinnen wir jetzt mal ein Rennen. Oder rutschen wir noch ein bisschen da vorne. Wie war der Bandband? Ja, da würde ich gerne noch mitnehmen. Würde ich gerne wegkriegen. Das ist wirklich das. Ja, einer hat einen leichten Schlag, der wird gekriegt. Aber nicht viel. Das tut ihm nicht ex. Ja, das ist dann wieder klar, dass wir das, dass wir uns auch schön versammeln, verbremsen. Da war ich schön noch damit. Und dann werden wir hier noch den Reifen auf dem Dach mitnehmen. Ja, ich dachte, ich bin mit dem Ritz, aber dann wäre ich nicht mehr reingegangen. Wieder an der Gleichstelle zu versammeln. Ich krieg den Typ nicht, oder? Aber das Problem, der wehrt sich ja momentan, bist du? Ja, da würde ich hier mal kurz eben aufräumen. Nein, 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 nein! Oh Mann! Ja, das war's. Rennungsgesetz. Jawohl, er hat verloren. Da war's jetzt sowas wieder von dran, an dem Typ, wo ne... Und dann versammeln wir es wieder. So, jetzt wird's maximal Platz... Ja, das wird nichts. Jetzt wird sogar... Haben wir mir, glaube ich, sogar noch ein... Das wird aber nur sogar eine Platz 4 werden. Durch diesen blöden Scheißdreherr! Ja, leck mich doch am Arsch. Und sogar noch weiter dahinten, damit war's. Ja, Mann, der fucking netzen Kurve kriegst es weg. Bani war mal gewinnt, das wird immer wieder... Der erste Lauf gewonnen. Ich bin fürchter, bis zu 10. und damit raus, glaube ich, wenn's richtig... Wenn wir gestrichen werden. Alter, Platz 10 nur. Den Tipp haben wir nicht... Ja, weil wir da uns schöne Pirouette geschoben haben, sind wir nämlich rausgerutscht und werden noch hängen geblieben sind. Also, es lief alles anders gut mittlerweile. Ja, das ist ein Dritter. Wir müssen jetzt natürlich die letzten beiden Läufer hochgewinnen und hoffen, dass er ein bisschen weg... Also, noch ist alles drin. Noch sind wir im Soll. Aber dazu müssen wir jetzt liefern. Wir haben jetzt 105 Punkte momentan auf dem Konto. Der führt jetzt momentan zu 95 Punkte mehr. Also, machbar ist es, wenn ich den Weg gedrehe und wir uns tatsächlich vorne durchsitzen. Mal schauen. Wir sind eben zweiter geworden, knapp, und jetzt 10. Also geht es auf jeden Fall auf dieser gelbe Kommi denn mit. Der muss auf jeden Fall erstmal... Down. Der muss erstmal weg. Dann muss ich erstmal durch Bani Bamp haben, muss auf jeden Fall raus. Das sind der Kingmann weggedreht. Das ist schon, dass ich bin mit der Gäste. Das sind der Läufer nicht immer gut. Ich kann nicht beherren. Und das ist schon, wenn ich jetzt mal weggewinne. Das sind meine Güte. Das ist langsam irgendwie größt. Soll ich dann vielleicht... Das ist schon, wenn ich mich nicht wieder verstehe. Ich werde aber auch nicht weggedrückt, ne? Weil der so wehren wird, dass er sich momentan wehren kann. Wir sind jetzt momentan erst dann. Deswegen bin ich schätzt und wo gefahren ist. Das ist nicht wahr, ne? Ich glaube, dass ich den anderen wegkriege. Jetzt ziehen sie mir nämlich alle vorbei. Ja, fuck it, Alter. Das war's. Wir werden es quasi gelaufen. Weil wir momentan noch elf kleben, zwölf da jetzt. Weil der andere noch durchzieht. Wiedergewinn der Tür in dieser Bani-Bamba. Alter, der geht mir eigentlich mal auf. Der geht mir auf. Ich sag mal, ich denke, ja. Hauptsache, der zieht mir noch einer innen vorbei. Und am Ende sind es dann irgendwie nur Platz zwölf oder so. Elf da sogar nur. Ja, vergiss das. Den kriegst du noch nie mehr da eingeholt. Der Typ, der geht mir so mittlerweile auf den Piss, ey. In diesem Rennen. Ich krieg den nicht bezwungen. Ja, der hat drei Rennen hintereinander gewonnen. Und immer wieder, wenn ich mich mit dem anlege, bin ich irgendwo der Nächste. Was, ich würde ihn wegschießen. Und dann müsste ich da noch der Drittplatzierte da mit ein. Und schiebt mich da noch raus. Ja, selbst das, das kriegst du ja gar nicht hin. Wir sind Platz zwei, Platz zehn, Platz elf. Das sind die drei Rennen. Wir kriegen es gerade ehrlich nur auf die Fresse. Von dem. Und ich war führende, ich war erster Mann. Und dann bin ich zu elf da. Nur weil ich mich, wenn ich zu viel wollte, mich mit dem anlegen wollte. Statt aufs letzte Rennen zu vertrauen. Jetzt ist es eh egal. Was ist er wieder? Verschwinde doch mal von mir jetzt. Oh, du Depp, Alter. Wieso krieg ich eigentlich immer nicht die auf die Fresse von dem? Und da ist der Buddy. Ich war gerade vorne. Nee, zwei, drei. So, jetzt habe ich dich mal. Ich frage jetzt, ob der hinter mir ist jetzt. Gefühlt ja. Ich frage jetzt, ob der hinter mir ist. So, ich versuche hier wieder ein bisschen, um dieses Rennen zurückzukämpfen. Ich brauche reinzuarbeiten wieder in dieses Rennen. Mein Gewinn wäre man es nicht. Da bin ich sehr gut so runter. Also der Führer ist da vorne, ne? Ja. Das wird dann wieder nur der zweite Platz. Also Crashmann gewinnt das Rennen. Und wir werden Zweiter. Aber das wird definitiv nicht für den Gesamtsieg reichen. Dafür waren wir zwischendurch einfach so schlecht. Gucken wir mal, was die besten Listen sagen. Ah, okay. Und dann reicht es nicht, um überhaupt irgendwas zu reinbekommen. Regionaler Jugendmeister. Ja, ich glaube, er ist das immer noch nicht geworden. Da durften wir nicht. Das ging komplett in die Hose ausrinnen. In dieser Folge hier. In Position Zweiter. Ja, sag ja. Weil wir haben einfach nichts verpasst. Weil er uns schön auf die Sack gegeben hat, der Typ. So, damit haben wir die Regional Juniors abgearbeitet und machen weiter morgen mit den Nationalen Einwalt. Oder haben wir noch Rennen? Haben wir noch Rennen, ne? Ja, wieso gibst du mir den Feierabend? Nein, 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 nein. Egal. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich gucke mal, ob ich noch ein paar Rennen habe. Hier oben noch eins. Wir brauchen dringend was Europäisches, ne? Ja, dann müssen wir mal kurz gucken. In der Keral... Nicht in der Werkstatt, sondern... In der Karriere brauche ich auch nicht. Ich brauche mal... Werkstatt, Lager Upgrades, Markt, Markt. Ich brauche was Europäisches. Der Hammerhead ist europäisch. Das ist gut. Aber der ist auch nicht freigeschaltet. Ach, Mann. Scheiße. Aber der War, War Game, War Game ist frei. Genug Kredit habe ich nicht. Scheiße, ich brauche was Europäisches. Ich will nicht was Kleines nehmen. Der Dominator kostet noch ein Matador. Der Gremlin. Das hat eine Alternative. Na, kommen wir mit dem McGillaby. Dann haben wir zumindest was Europäisches. Bam. Kann man hinein. Dann kann man nämlich auch die ganzen restlichen Rennen fahren. Dann haben wir noch ein bisschen zu fahren. Gut, dann machen wir mal eine nächste Woche damit weiter. Bis dahin und tschüss.